Jo Leute was geht und das ist willkommen zurück zu Let's Play gar nichts zu Black Metals Gedanken am Montag ich denke ich bin minimals krank mal wieder ich hasse es über alles naja egal was soll ich groß dazu sagen Batman geht immer noch nicht ja ich habe immer noch ich habe noch eine einzige Idee wieso es nicht geht beziehungsweise wie es MWR zu bringen kann dass es geht und das werde ich noch ausprobieren ansonsten darf ich mir drei neue Projekte suchen ja Space Marines habe ich fast schon fertig aufgenommen ja Plans vs Zombies bin ich auch gut am Ende ich habe schon zwei Ideen was ich machen werde und Batman hätte ich auch schon eine ich werde aber mal wieder noch nichts sagen dazu weil einfach nur weil Überraschungen ja das werde ich wahrscheinlich heute mal schauen wie ich es machen wird vielleicht vielleicht nehme ich heute sogar mal als erstes auf freut euch drauf naja ansonsten gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu sagen Schulaufgabenzeit kommt mal wieder ich darf lernen wie so ein Irrer das heißt mein PC ist eigentlich nur an wenn ich Let's Plays aufnehmen oder Let's Plays hochladen oder natürlich Render und vielleicht abends ein zwei Runden lol ja ansonsten kann ich nicht wirklich viel erzählen ja ich habe noch ziemlich viel auf Vorrat das heißt ich müsste die Woche nicht mal aufnehmen oder so jedenfalls solange bis ich krank bin wie ich krank bin ich würde heute aber aufnehmen ich hasse mich dafür na egal es war es eigentlich auch schon es war wieder ein verdammt langer Gedanke äh verdammt kurzer Gedanke sogar also ich verabschiede mich bis zum nächsten mal wenn es heißt yo leute hallo und herzlich willkommen zu Black Metals Gedanken am Montag ich verabschiede mich mal wieder mit einem freund fröhlichen wo-o-o-o Zero Yo Oh.